moin eine neue runde ist das wirklich der typ geht mehr auf den sack also das ist auch im letzten live streamer gefragt worden warum dieses vieh ständig durch die fabriken latscht das sollte ja schon mal vor ewigkeiten behoben worden sein was ist es aber irgendwie nicht der spawnt und boom und hängt dann in den fabriken drin jetzt hängt er hier rum weil da ist ein band so nächste frage wie besoffen war ich eigentlich das letzte mal die letzten zwei folgen kann ich mich daran erinnern zwischen der letzten und die davor war sowieso mehrere tage pause ich habe da hinten diese diese mine angeschlossen da hinten oben ja hier lang jemand da steht ja eine logo und da hinten ist ja auch eine und die die wir da hinten angeschlossen haben ist unrein 120 macht die hat jemand eine ahnung warum ich das gemacht habe ich glaube nicht so jetzt schließen wir die da noch an gucken hier schnell machen wir ich weiß habe ich noch platz hier drin ja die reißen wir noch mal ab sowas bestimmt eben sage ich noch habe ich noch platz hier drin weil sie sind jetzt wieder kein platz hier drin hat das machen wir so club so dann können wir auch holen wir uns mal wenigstens von dem gebäude machen wir gleich wieder weg den raster also kommen wir rum hier holen wir uns jetzt so gerne mal schnell die ach so ich hätte ja auch drücken da holen wir uns jetzt mal schnell den raster so nein das ist zu hoch ja ich habe eben sage ich noch ja ja trinken können aber nein ja weg mit dir und wieder weg ja keine ahnung warum ich das gemacht habe sogar kaputt das dürfte zu hoch sein der ist auch schräg irgendwie lass mal hier ja dass man hier ein 1er fabrizieren so so weg weg und weg machen sie mich so irgendwie haben wir hier mal schnell ein raster hin und die maschinen da drauf und dann wird es später also man nehme ich erst mal in betrieb damit das ding läuft ne so dann baue ich hier noch irgendwas drum rum so wir brauchen hier in meiner ja dann machen wir den na da da snap das ding ok dieser doko hier wird gebaut so toll lass mal kurz gucken komme ich von hier an das band dran wir brauchen einen fahrstuhl da komme ich sogar gucke mal ok aber ich will das so dass es einigermaßen gerade ist also warum ich das ding da hinten angeschlossen habe weiß ich jetzt nicht jetzt muss ich aber selbst noch mal gucken nicht dass ich jetzt komplett durch den wind bin und ich kupfer warum auch immer ich das getan habe das wird ein bisschen blöd hier das wird ein bisschen blöd das müssen wir hier gut ist halt hier wüste ne so warte toll machen wir anders machen wir so gehen hier raus wieso werde ich eigentlich hier von dem ding so komisch weg katapultiert interessant machen hier und hier nochmal dran und dann schließen wir das ding mal schnell da an gehen hier runter so erstmal gucken also sowas bekloppt ist so hoch wahrscheinlich weil ich nicht übertacken wollte kann das sein oder nicht so stark ich weiß es nämlich nicht mehr ich sollte vielleicht mal ein näher der andere der da hinten der macht ja auch nur volle rote kalotte übertaktet 480 ich habe keine ahnung mehr was ich hier fabriziert habe immer ein stück da so können wir noch höher wird alles noch schön gemacht keine panik ja auf der titanic so dann gehen wir hier mal dann müssen wir da dann müssen wir hier dann müssen wir so dann nehmen wir uns mal das ist in der mitte ja dann nehmen wir hier müssen wir von den wänden aber geht ja doch mal den aber wir haben wir noch im dritten wir machen es wegen der optik als so ach guck mal da bietet mir das da aber das normale nicht und toll dann müssen wir so machen guck mal doch es geht konnte aber jetzt hier nicht weiter interessant es soll dann kommen wir uns das so ach nee warte mal das sind doch die herablassenden ich bin wir sollte vielleicht ja die gehen raus die müssen nach da wir brauchen am bahnhof und die müssen hoch okay 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 ich weiß wie okay 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 wir müssen die machen wir in der mitte und die müssen nach da machen wir mal so damit ich das fahrstuhl hier habe so 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 das sind die zwei fehlt noch der dritte wo wir uns denn den unten lang eigentlich den hummer uns hier unten lang hoch die noch abgerissen doch hier ist nämlich der den habe ich abgerissen so komm mal her da muss der hin krieg ich denn so hin ja ich brauche die meiner wieder okay dann hier produktion die werkbank oder ausrüstung was weiß ich noch keine festplatten gesucht so da drei stück bitte ach ja weil sie der ist auch nur normal das heißt er macht 240 bei uns wo man 600 und damit ist nie da das die richtig aufgeht ein stück mehr als die 600 wir haben halt den puffer mit rein kleines lager so da schneppte also okay genau vor dem ohr genau rin warte mal ja so bitte so machen wir das so machen wir das hier kein schwung hier und so machen wir das kann ich nicht ein stück höher machen dann müsste ich hier hinten nur hier hingehen warte mal ungefähr hier und dann ja okay warte ich mach's mal grad so ich hab das jetzt hier lang gezogen hier einigermaßen gerade hier lang also wir machen ja nicht oft ich tue mal hier das anschließend wir machen ja nicht oft die bänder abklarlos durch die pampa zu ziehen So, ich schließe den mal hier an. Da übers Fenster ziehe ich mich. Hier ist da auch noch einer, ne? Ja. Also erstmal anschließen, damit das Ding hier in Produktion geht, wisst ihr ja, ne? So, das soll er erstmal machen. Ist auch noch nicht so vertaktet. Du warst ja auch Krupfer, ne? Ja, 240. Leider bin ich angebraucht. In den Sekunden. So. Dann läuft das hier. Dann läuft das hier lang. Und hier hoch. Dann haben wir hier 240. 240, 120. Das ist 600. Wir brauchen aber zweimal 600. Und das Gelumpe muss, ich hab das jetzt mit Absicht hier so gemacht, damit ich die gleich da rauskriege. Wir brauchen ja hier einen Bahnhof. Und ich mach mal, von den Wänden fusioniere ich, ne? Ich hab hier drin keinen Platz. Deswegen fusionieren wir das außen. Ähm, so. Krieg ich dich gleich hier raus? Ja. So, und der geht jetzt hier über Kreuz. Ne? Der geht raus. Der geht rein. Der kommt rein. Der geht raus. Das kriegen wir aber hin. Nein. So. Ach so, der muss ja jetzt wieder. Äh. Wo ist denn das Ding? Hier. Eins, zwei. So. Die Dinger müssen da hoch. Und jetzt müssen wir hier ne Fusionierung machen. Und irgendwie habe ich den Faden verloren. Der ist übrigens eins zu niedrig. Buch. Ach so. Mhm. Danke. Okay. Warte. So. Das Band da wieder weggemacht. Ach Gott. Ey. Ich sag euch. Es ist. Was ist es? So ein Freitag. Ich nehme das hier am Freitag auf. Freitag den 14. Bin irgendwie überhaupt nicht fit. Weiß auch nicht warum. Nein. Nichts gesoffen. Nichts gemacht. So. Äh. So. Warte. So. Ach so. Ihr seht mal, wie das manchmal geht. Man kann ein bisschen was rausschneiden. So. Jetzt machen wir das mal so. Also nochmal. Habe ich das natürlich. So. Du bist doch richtig, ne? Ne. Ist er nicht? Hä? Was ist denn mit dem Ding los? Jetzt flippe ich aber gleich aus. Zeige ich euch. So. Jetzt habe ich es. Rein. Rein. So. Jetzt kommt das Ding wieder weg. Können das wieder weg machen. So. Jetzt muss hier ins Splitter hin. Als erstes. So. Und das machen wir jetzt so. Wie nah kommt denn der hier dran? Zeige ich das, was ich da meine. So. Genau. So. Kann ich hier eigentlich schweben? Aber hier ist irgendwo eine Leitung. Genau. Gib mir die mal schnell. Komm her. Ja. Jetzt kann ich. So. Jetzt kann ich. was nicht geht. Dazu müsste das Band ja davor 1200 können. Das ist ja schon wieder eine komplett falsche Überlegung. Wir haben hier Mist gebaut. Das geht so nicht. Wäre schön gewesen. Geht so aber nicht. Wir müssen die zweimal das eine Ding. Das eine Ding ist komplett für die Füße. Das müssen wir nur machen das so. Ey. Da seht ihr mal. Was ist denn das für ein Mist ey? Das Ding ist komplett für die Füße. Wir müssen den auf 600 übertakten. Den für 600 übertakten. Und ich glaube genau das ist das Maximum. und da hinten, den haben wir nämlich angeschlossen. Weil wir immer ein Stück mehr brauchen. So. Und so machen wir das nämlich auch. Und. Oh. Ja. Nein. So. 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 Und der. Muss. Da drüben dran. Warte. Wenn wir das hier. Könnten. Da müssen wir hier schon wieder einen Loadbalancer hinmachen. Weil der soll sich ja wieder aufteilen. Da braucht der ja hier. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Mist. Wisst ihr was ich meine? Pass auf. Ich meine das so. Der da hin. Der da hin. Ich mach den mal so. Der fusioniert. Und zwar aus einem Splitter. Der. So geht. Ja. So. Aufpassen jetzt. Weg. Weg. Hoch. Erstmal. Hoch. Erstmal. den stapeln war du musst fusionieren musst du das blitter fusionator noch ein höher das ist erst mal egal wie in welche richtung der darunter zeigt der muss nach da zeigen ja er muss wieder nach da zeigen weg 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 nicht durcheinander kommt so jetzt so und so du kommst weg du kommst weg du noch mal damit ich mir platz ab so der geht raus und dann geht der ja rein jetzt machen wir das so da hätte ich den eigentlich pass mal auf hätte ich den eigentlich in die mitte machen müssen was jetzt eigentlich ziemlich egal ist können wir ja machen bist du richtig rum ja und da kommst du noch mal weg versuch ja ist ja nicht so über aber leute 1 2 3 4 muss da hoch sein oder das sehen wir gleich so sehen wie das geht ja das muss dann noch mal weg das ist jetzt nicht das problem so jetzt muss hier eine versplitterung hin und zwar von rechts kommend weiter weg hier so 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 1 2 nein hörst du mal aufständig so gut ne und jetzt sagen wir und jetzt müssen wir hier so wir könnten den auch genau wir machen so dahin hierhin 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 hier kauf ich den dahin macht ja wieder 50 50 dahin so und so geilo ob ich da oben eigentlich hin das ding schon im betrieb kann ich sein will ja noch nicht so weiter gut da hinten habe ich schon eingezogen ein paar rezepte so das ist jetzt 120 gut bin ich gut so hat lange gedauert das ist jetzt die vollkommen hier so jetzt kommen die anderen beiden noch daran der trainer bauern ström der bauern ström der muss jetzt in die mitte nach unten nehmen sie erst nach unten so und der muss noch in die mitte ist doch geht alles leute es geht doch alles und das sogar an einem freitag so und da hat der schon 240 die müssen noch übertaktet wenn ich weiß warum ruckelt das eigentlich ja gut jetzt hat er eben speicher dings normalerweise dürfte das ja nicht tun gutes folge laufen so und dann kriegt er jetzt noch eine verstromung schnell dran wo sind so ein ding und ich baue das noch im off einigermaßen schöner und dann nehmen wir das ding brauche noch im bahnhof ne weil er mal brauchen ja noch im bahnhof so so halt ich muss da noch ein screenshot machen so nee das nehmen wir hier mal nach unten die brauchen wir jetzt hier nicht mehr nehmen wir den noch da dran machen wir gehen hier mit dem ding hier lang wo ist denn das problem man so gehen hier runter gehen da lang sitzen da noch ein hin und dann läuft er auch an hier können wir noch eine betüdelung machen so und zu buch bis da unten hin so dann haben wir dieses konstrukt hier fabriziert und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dann tschau